Leute, was geht ab? Und zwar ich und mein Bruder haben eben ein Video um 3 Uhr nachts hier gedreht. Fidget Spinner Trickshot Video. Und es sind komische Sachen passiert, wem komische Sachen gehört. Und es ist einfach alles richtig komisch geworden, aber seht einfach selber jetzt. Let's go. Peace Leute, was geht ab? Ich ist Marvin Fitzkevin. Und heute gibt es ein Fidget Spinner Trick Video. Ja, viele wollten das, also unheimlich viele haben das angefragt. Fidget Spinner Trickshot Video. Genau. Wir haben es ja angekündigt und ja, ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal die krassesten Tricks, die man machen kann. Genau. Auch zu zweit. Kann auch gut nachmachen. Okay, fangen wir an mit dem Freund zu Freund werfen Trick. Ich werde den so spinnen und du wirst den auch fangen. Let's go. Oh, okay, okay. Oh, fast, fast, fast. Ja, okay. Ich würde sagen, machen wir spät. Machen erstmal den, das ist der Nase Balance Trick. Yeah, nicht schlecht, nicht schlecht. So, kannst du den? Okay, lassen wir uns bei dir. Ich würde sagen, nochmal den Freund zu Freund Trick. Ah, Mann, eben hat es fast geguckt. Die ganze Zeit, Alter. Was war das jetzt? Ich weiß. Ganz Zeit schon, ne? Rocky schläft ja, ne? Ja. Haben wir das schon geguckt. Keine Ahnung. Voll komisch, Alter. Eklig, ist ja auch schon voll nachts, Alter. Ja, drei Uhr oder irgendwas. Was ist das? Geräusch gewesen? Weiß nicht. Eben doch auch schon zwei Mal, Alter. Hm. Soll ich das jetzt auch gucken? Fliegen oder so? Leute, sollen wir das im Video erwähnen? Komm, sagen wir. Leute, wir nehmen das hier gerade um drei Uhr auf und wir hören die ganze Zeit irgendwelche Geräusche von der Küche. Eben, wir haben es, wir haben einfach weiter gemacht. Eben, aber irgendwie, keine Ahnung, das ist komisch. Lass mal eben gucken. Ich habe irgendwie Angst, dass hier was ist. Ja, ich schläft ja eigentlich. Warte, ich nehme mal die Kamera. Ist er aufgewacht? Nö, der ist nur gestreckt, oder? Hier ist Rocky. Schläft eigentlich, ne? Aber hier ist nix, ne? Ne. Ich weiß nicht, ob das immer die ganze Zeit ist, oder? Wollen wir Licht haben? Vielleicht war das Rocky einfach. Aber der war ja am Schlafen. War schon öfter auch. Hier ist nix, ne? Sollen wir weiter drehen, oder? Ich habe irgendwie ein bisschen, gar keinen Bock mit, lass mal morgen. Er sagt doch, abdrehen noch. Sollen wir weiter? Geht eigentlich fix. Ich weiß, ich habe irgendwie Angst, weiter zu drehen. Komm, wir drehen. Meinst du? Wir brauchen ein Video für morgen. Aber ich will das lieber morgen früh drehen, oder? Ja, schnell ist wieder zu lang, weil dann kriegen wir nix gebacken. Weißt du? Also, meins machen wir heute. Vorproduzieren ist Macht. Okay. Komm. So, let's go. Welchen Trick? So, wir waren eben dran an diesem Trick. Du musst noch Nase jonglieren machen. Ja, genau, genau, genau. Du würfst das für ein bisschen, oder wie machst du das immer? Nee, einfach drauflegen. Einfach drauflegen? Ja. Nein, guck mal so, Alter. Wie denn, ey? Was hast du für eine Bombennase, Alter? Ich will mich verarschen. Ey, ich drehe nicht mehr weiter, Alter. Rocky liegt da. Nö, nicht. Oh, f***. Woher auch dieses Quitte-Schwein? Ey, Rocky liegt hier. Hier ist kein Schwein. Hier, guck mal. Hier ist kein Quitte-Teil. Rocky schläft. Ey, das liegt hier. Ey, guck mal. Was denn? Das war das doch. Alter, du warst das. Nein, das lag hier. Halt's doch. Das lag einfach hier. Wo lag das? Hier lag das. Da kann kein Mensch halt noch sein. Das war doch der Sound, oder? Alter. Das war das. Ja. Der Rocky schläft da. Der hat dich bewegt, oder so. Du lösst... Hä? Was ist das hier für eine Schwein? Alter, ich drehe nicht mehr weiter, Mann. Nein. Ich habe echt... Komm, Rocky geht ausschlafen. Dann machen wir noch mal Pipi kurz mit Rocky. Ja, muss noch einmal Pipi machen, auch? Ja, in der Woche. Okay. Aber ich nehme die Kamera mit, weil... Ja. Ich weiß nicht. Falls hier echt was ist, dann... Rocky. Komm. Der ist wach. Wie ist schon? Dann musst du einmal Pipi machen. Ja, so. Jo. Das ist komisch hier, oder? Ja, Pipi machen. Das ist ein Strahl, ey. Das ist leider verschwommen, Gott. Dieses Highlight. Boah, wie viel? Da muss der schiffen, ne? Schön kühl, angenehm. Leute, das ist echt krank. Was da passiert. Stell vor, bei uns ist einer einfach. Weil wir sind alleine zu Hause. Wie, da ist einer? Was meinst du? Stell mal vor, einer ist bei uns zu Hause. Wer soll da sein? Ja, weiß nicht. Wegen den Geräuschen, Alter. Das war echt komisch mit dem Quietschtal. Warte, oder du willst dich pranken, halt. Nein. Ja, genau. Ich kann mich da hinten nehmen. Warte. Ah, das ist nur ein Auto. Ja. Okay. Ja, ein Roller. Ja. Irgendwie schon inzwischen so ein bisschen. Weil dieses Quietschtal, da war nichts bei Rocky. Weißt du? Ekelig, irgendwie. Dann drehen wir morgen weiter, ne? Ja, drehen wir morgen. Geh mal rein, komm. Schlafenzeit. Komm. Komm, Rocky. Man sieht gar nichts. Wie es aussieht mit den Schatten. Hä, warum ist das Licht? Hast du Licht ausgemacht, oder? Nein. Alter, ist alles dunkel, ne? Was? Oh, shit. Komm, komm, komm. Alter, da ist safe einer, Mann. Safe. Ey, das macht mir jetzt gerade Angst. Wir sind alleine im Haus, Digga. Boah, heute. Nein, weißt du, wir sind alleine. Habt ihr das gesehen? Alter, die Tür ist gerade zugegangen. Ey, nein. Da ist einer. Da ist... Was sollen wir machen? Schau mal, da willst du abstechen oder so. Was sollen wir machen? Wir müssen vor den Keller reingehen. Alter. Leute, es ist eiskalt. 3 Uhr 28. Ey, Digga. Hast du den Schlüssel hier für den Keller? Ey, läuft mir jetzt ins Gesicht. Der liegt doch unten. Haben wir noch versteckt. Vielleicht war das auch nur der Wind, Alter. Ganz ehrlich. Ja, guck mal, wie windig das ist. Wieso waren die Studiolichter aus? Weiß ich nicht. Vielleicht Stromausfall oder so. Digga, es gibt keine Geister. So viel war jetzt auch nicht an, dass ein Stromausfall kommt. Ja, komm, runter jetzt. Zum Glück, ey. Okay, warte. Okay, schreck mich doch nicht so. Ja, schon. Was ist denn mit dir los? Wir haben ein Spiel gefunden. Okay, kein Spaß jetzt hier, Alter. Wir müssen jetzt echt durch den Keller hier ins Haus schlechten. Ja. Alter. Junge. Hör mal. Alter, leise. Das waren Schritte. Das kann gar nicht sein. Das ist kein eigenes... Oh Gott. Scheiß, Digga. Schaff, da sind unsere Wertsachen jetzt. Ja, wir müssen schnell rein. Ja, irgendwie müssen wir auch... Können ja nicht so sind. Stefan, ich werde ausgeraubt. Wir müssen erst mal das Haus durchsuchen. Ja, Alter. Nimm direkt Eisenstemme oder so. Hast du irgendwas hier? Ich nehme einen Hammer mit oder so. Komm. Was ist das hier? Nimm das. Arme aus. Was? Komm mal, der ist ja in die... Digga. Komm. Hast du keinen Lichtschulter mit dir? Da oben ist der. Warte. Yo. What the... Yo, wer ist da? Junge, wir haben Waffen. Okay, komm. Mach auf. Augen, zieh mich durch. Ja. Wer ist da? 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 Wo? Wer ist da? Hallo. Mach ich dann. Wer ist da, Mann? Hallo. Hallo. Wer ist da, Mann? Das ist nur Fernseher von deinem Zimmer. Ist so dumm. Das ist Fernseher. Ich höre das doch. Fernseher? Ja. Denkst du? Das ist Fernseher, Mann. Ich habe eben Schütte gehört, Mann. Das war kein Fernseher. Komm. Ja, das war nur der Fernseher. Ich habe doch gesagt, der läuft. Aber das war eben Schritte. Hätte ich schwören können. Ja, keine Ahnung. Irgendwas. Was war das? Das war die Schritte. Manchmal quietscht das Haus doch. Lass erst mal in der Küche gucken, ob der aussitzt. Alles gut? Alles gut. Das ist komisch. Weil der Fernseher läuft ja auch. Es war kein Stromausfall. Weißt du? Ja, aber es ist ja nur unten immer Stromausfall. Wenn. Okay. Ich darfst mal ein paar Notches machen. Warte, jetzt mal checken, ob hier was ist. Hier ist nichts. Rocky, Alter. Der chillt ja einfach. Ja, alles ob nichts wäre. Okay, dann ist hier nichts. Ja, hast du Bock auf Nachos? Ja, komm. Das war noch. Komm. Leute, wir brauchen jetzt erstmal eine kleine Pause. Ja. Weil es ist echt unheimlich, was hier passiert. Und ja, wir filmen das lieber, falls irgendwas hier ist. Ja. Haben wir uns auf Kamera? Das ist aber gar niemand hier. Das ist jetzt Rocky, die Geräusche, die er vielleicht hört. Hast du dabei? Ja. Nimm die Zeitung. Wir haben gerade die Zeitung auseinander. Ist mir jetzt gerade egal. Aber ja, auf jeden Fall Leute, für die, die nicht wissen, um 3 Uhr, wenn wir jetzt 3 Uhr irgendwas, 3 Uhr 42 und 3 Uhr ist ja die, man sagt ja, Stunde der Dämonen oder so, oder der Geister. Ja, da sind die Geister am aktivsten. Und ja, vielleicht ist da echt was dran. Weil da ist ja irgendwie Jesus gestorben oder auch verstanden, glaube ich. Und ja, das ist die Stunde der Dämonen, sagt man. Sollen wir das Video jetzt einfach morgen drehen oder was? Was machst du? Ja, ich drehe jetzt bestimmt gleich nicht weiter oder willst du weiter drehen? Ja. Nur noch ein Zimmer verschließen und chillen. Oder? Was haben wir noch? Nee. Wir gucken, wie das ist. Komm, wir machen das. Da war noch nichts hier. Keine Ahnung. Ja, morgen sagen wir wieder, verschieben das und dann. Dann haben wir zu lange geschlafen und dann haben wir wieder Stress mit dem Video raushauen. Ja, immer Druck. Ja, dann hat man Atmen, was jetzt gleich ab und gut ist. Wow. Besser. Brauche ich, weil ich verspiele. Ja, ich gebe alle immer ab. Was machst du? Das zweite Mal am durchnehmen. Nee, die liegt da doch. So ein Beutel in meinem Mund. Oh, ich kann nicht mehr. Nur ein paar. Wow. Was war das? Ah, was war das, Mann? Keine Ahnung. Strom ist weg, Mann. Eben war auch der Strom weg. Was ist nicht mehr lustig, Digger? Ey, vielleicht ist hier Stromausfall oder so. Ich weiß es nicht. Rocky, Mann. Erschreckt er uns. Was ist so weiter, Jungs? Ja, stimmt. Der ist deswegen los mit... Der ist einfach, Alter. Komm. Warte. Was? Rocky, vielleicht hat er was gesehen. Komm. Komm. Hallo? Hallo? Ja, Mann, nur Stromausfall. Lass zum Stromkasten gehen. Rocky geht's. Hast du aufgelassen, Mann? Hast du das? Boah. Ich weiß es nicht. Was? Du hast die Tür aufgelassen. Hab ich nicht. Alter. Marvin, das glaubst du jetzt nicht, ne? Was? Marvin, du musst rücken. Guck dir das an. Guck dir das an. Marvin. Sag mal, dass du das warst, bitte. Was redest du? Sag, du pranks mich jetzt gerade. Yo. Marvin, sag. What the f***? Sag, dass du mich verarscht. What the... Du willst dich gerade verarschen? Marvin, hör bitte auf. Ich hab keinen Bock drauf. Bitte nicht mehr in so einer Scheiße. Mach erst mal Licht an hier. Strom, wir müssen Stromkasten anmassen. Ja, der war... Ich glaub, es geht wieder Licht ab, oder? Yo. Yo. Was ist das da jetzt? Erzähl mir das. Ey, du willst dich verarschen. Hör mal bitte auf, Mann. Hör mal auf. Ich... Ich mein, ich hör's immer in mein Leben. Junge, was schubst du mich hier rein? Tschüss, Mann. Warte, wo muss der Licht an? Warum ist der so ekelhaft offener Schrank? Weiß ich schon nicht, Mann. Ey, du willst dich verarschen, glaub ich. Nein. Guck mal da rein. Du guckst mal. Wir beide. Warte, 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 warte. Aber jetzt war ne Waffe. Tschüss, Mann. Irgendwas zum Schlagen. Guck mal einfach da rein, kurz. Ist da was? Nein, nix. Okay. Yo, ich hab ne Wette für dich. Was? Und zwar, du nimmst den Fidget Spinner, gehst da rein, machst Licht aus und drehst den einmal. Ja, kannst du machen. Dann kannst du wieder rauskommen. Ich komm so auf so einen Scheiß. Hast du Eier? Hast du Eier? Ja, wenn du machst, mach ich auch. Schnick, schnack, schnack, schnack. Schnick, schnack, schnack. Okay. Schnick, schnack, schnack. Bam, du fängst an. Ey, nein. Geh rein jetzt. Nein. Wenn du so große Töne spucken kannst. Mach. Geh rein. Chill, Alter. Ey. Los, komm. Mach dich. Ah, schreib mir doch ne Kamera, damit du das filmen kannst. Also ich geh rein, dreh einmal und dann guck. Genau. Was passiert. Geh rein. Geh rein jetzt. Komplett. Und Türen zu machen. Ich mach die Tür zu. Okay. Ich muss die aufstellen. Okay, okay, okay. Ey, ich trau mich nicht aufzumachen, das Licht. Warum zieh durch? Okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 das reicht, das reicht. Machst du? Das reicht. Hast du gemacht? Ist nichts passiert, ne? Nichts passiert? Ja, du bist dran. Du schiesst, Alter. Erst drehen, dann Licht ausmachen. Also du dreht jetzt und dann mache ich Licht aus. Ja, genau. Okay. Mach zu. Okay, warte. Boah, ich bin voll schiesst, Digga. Ja. Okay, wo ist der Licht, Alter? Ach, da. So. Okay, Leute. Drei, zwei, eins. Hast du gemacht? Calvin, hast du gemacht? Calvin, hast du gemacht? Du willst mich jetzt verarschen, Junge. Calvin, Mann. Komm da jetzt raus, Alter. Was ist los mit dir? Willst du dich mal schrecken, oder was? Yo. Calvin. Calvin. Calvin, Alter. Yo. 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 Yo.